Herzlich Willkommen zurück zu Final Fantasy. Ja, im letzten Part haben wir uns eine neue Guardian Force geholt und wir kriegen erstmal Geld in die Hosentasche gesteckt. So, aber bevor wir hier... Ah, doch. Bevor wir hier weitermachen, also im Zentra-Zentra-Krater, werden wir noch einen kleinen Ausflug machen und zwar nach Trabia. Ja, das wird zwar ein kleiner Weg sein, aber... Ich will mein Löwenherz wieder haben. Das heißt, wir brauchen Drachen-Szene und ich habe mich erkundigt, wo wir die bekommen. Ja. Und halt nur im Trabia, in der Nähe von Trabia, ja, auf der Hawkwind-Ebene. Und für die Leute, die sich jetzt sagen, ey, du fährst in die falsche Richtung, ja, Trabia ist hier oben. Ne? Ja, hier müssen wir hin. Und wir sind hier unten. Der Trick bei Final Fantasy Spielen ist, wenn wir unten rausfahren, ja, kommen wir oben wieder rein. Das ist ein Abkürzungsmechanismus, nenne ich es jetzt einfach mal. Und schon sind wir nicht mehr in der Füste, sondern im Schneegebiet. Wunderschön. Ich muss jetzt nur noch einen Strand finden, dann ist die Sache geritzt für uns. Total dumm, dass man sich die Waffen immer wieder neu craften muss, dass das da behindert. Ah, guck mal. Meine Nase juckt. Aber ich steuere gerade, deswegen kann ich gerade nicht meine Nase... Ha, 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 okay. So. Ähm. Hier gibt es Gegner. Hoffe ich. Sind wir richtig? Ja, Trabia Hawk mit eben, ne? Hier soll es Gegner geben. Einen Gegner geben, der das fallen lässt, das, was wir brauchen. Naja. Vielleicht sollte man vorerst erstmal wieder... Ne? Gegner einschalten. Hätte ich gedacht. Das sind übrigens nicht die Gegner, die wir suchen. So. Wie viel mache ich denn jetzt mit 20% mehr Schaden? Oh. Lager du... Warum hat eigentlich jeder Gegner irgendeine Attacke, womit er einen die Hälfte des Lebens abzieht, ne? Oh. Äh, immerhin. Da habe ich gleich noch gar nicht, wie viel Schaden wir machen. Warte. 2000. Geht. Im Vergleich. Aber ich hätte gerne meinen... Löwenherz wieder. Level up. Yeah. Geil. Äh. Oh, ey, guck mal. Siren ist 96. Hilfswandler, machst du jetzt mal? Oh, Kontern ist fast fertig. Geil. Treffer K. Äh. Du machst das. Du bist fertig. Ja, du bist fertig. Du bist dann auch fast fertig. Und du bist auch so gut wie fertig. Und du bist auch fast fertig. Okay. Äh, wartet mal. Der besitzt Irrwein. Okay. Irrwein. Du bekommst... Achso, du hast das schon. Okay. Dann nicht. Mir persönlich, ich finde, ähm, den Flametarn sieht am geilsten aus von allen Sachen. Ja. Ähm. Ich weiß nicht. Aber Löwenherz ist halt geiler. Dann haben wir das Löwenherz als, äh, also, ne? Special Limit. Wisst ihr? Und dafür ist es halt schon ziemlich geil, ey. Wow. Schwierigster Gegner auf dem Planeten. Ich muss echt mal aussortieren. Die Zauber, die wir brauchen und die wir nicht brauchen. Ähm, ja. Schwierigster Gegner. Ever. Der Bunkel kommt Level ab. Kommt schon. Gegner, den ich brauche, erscheine. Ihr seid es nicht. Bladeshot. Not bad. Gar nicht mal schlecht. Echt jetzt? Da sehen wir mal wieder. Wir brauchen das Löwenherz, sonst hätten wir den jetzt nicht gewonshoottet. Ja, so. Geil. Okay. Oh, Le... Lebensring. Was macht das genau? Lebenswander. Oh, 20 Engel. Oh, Regener. Ja. Ne? Weh gerade auch jeder 100. Vita braucht kein Schwein. So, ich würde sagen, dann machen wir das gerade mal. Äh, tausch das. Wir tauschen jetzt einfach mal alles dahin, was wir nicht brauchen. Alles geben. Äh. 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 So. So. Saugen braucht auch kein Mensch viermal. Glauben wir, äh... Skoll hat doch hier alles gegeben. Selfie. Hier hast du noch, äh... Platz. Ja, hat sie noch. Oh, guck mal, Erdanalyse. Geil. Behalten wir also. Okay. Äh... So, jetzt gehen wir hier ran. Äh, Tausch. Stein. Braucht kein Mensch. So, alles geben. Alles geben. Äh, so. Er hat viel Saugen. Boah, guck dir das an. Das hier braucht doch echt kein Schwein. So. Äh, okay. Okay. Äh, jetzt Örwein noch. Oh, Erzengel neun Stück. Äh, äh... Äh, gehen wir ihr das mal... Okay, er hat... Er hat noch Platz. Dann soll mich das ja nicht stören. Ordnen. Heilung indirekt Angriff. Bei ihm genau dasselbe. Ne, bei ihm. So. Und bei ihm auch noch mal. So. Perfekt. Dann halten wir hier mal kurz auf. So. Wem gehört nochmal Karbunkel? Örwein. Hm. Gut, dann bekommt Örwein das Kontern anstatt von... Magie benutzen wir sowieso. Benutze ich sowieso nicht. So. Dann können wir gerade noch schauen, was Karbunkel jetzt erlernen soll. Autoreflekt zum Beispiel. Komm, ich mach mal Autoreflekt. Ähm, so. Haben wir wieder ein bisschen Zeit verschwendet im Organisieren. So. Ah. Falsche Gegner. Weißt du, alle Gegner, die ich nicht haben will. So. Zack. Headshot. Down. Oder auch nicht. Pump. Was? Jetzt aber hier. Tschüss. Du hast ein bisschen zu viel Leben. So. Yeah. Double KO. So. Level 70. Sehr schön. Noch mehr Regener. Auch super. Wobei ich das wahrscheinlich nie benutzen werde. Ne. Drachen. die soll. Ja, der Gegner heißt Drachen. Die soll ja, den ich hier suche. Und natürlich Kombi nicht. sind wir hier bei Pokémon. Pokémon. Meine Güte. Hypnose. Yeah. Easy. ist fehlgeschlagen. Es ist fehlgeschlagen. 97 Schaden. Verrückt. Okay. Okay. Bitte. Eine Drachen Isolde. Reicht. Mir. ein Hinterhalt. Ja, bitch. Nee. Voll geil. So. Finde ich gut. Äh. Wow. Schnarch. Na gut. Hä? Boah. Gleich ist es mir schon wieder scheißegal. Gleich noch pisse ich mich hier wieder. Ja, so schnell geht das bei mir. Oh. Blade Shot. Oh, nein. Autsch. So. Tschüss. Kill. Sechs Widerrüstungen. Ah, ja. Okay. Kann ich gerade mal schauen. Äh, hier. Ring mit Lebenskraft. Ah, ja. Und warum? Warum soll ich denen das erlernen lassen? Was kann ich denn daraus erstellen? Oh. Digra, okay. Machen wir was anderes. Warte mal. Gravit hat hier da 100. Okay, Stein können wir auch herstellen. High Potion. Ah, guck mal. Aus einem entsteht sechs High Potions. Zustands. Okay. Und Zustandsmedizin? Auch irgendwas? Nö. Golde Nadel. Okay. Ah, ist das kacke. Oder muss ich in den Wald gehen? Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich gucke jetzt mal im Wald. So. Tschüss. Ah ja. Double Hit. Voll geil. Düm, 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 düm. Ins Gesicht, du Kackviech. Yeah. Level up. So. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir jetzt mal im Wald nach. Weil irgendwie auf Ebene scheint es nicht so zu funkeln. Äh. Oh nein. Wenn jetzt Xcel drankommt, ja. Lässt sich noch verkraften. Haben wir Brothers schon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, nee. Zeigen wir hier mal wieder ein paar Guardian Force Power. Oh. Ähm. Hoffentlich macht das Schaden. Ja. Doch. Ja. Ein bisschen. Ha. Magischer Stein und wegen Flüssigkeit. Sehr schön. Bin ich denn immer noch in der Ebene? Ja. Komm schon. Eine Drache in die Solde. Und dann bin ich ja schon wieder weg. Das ist keine Drache in die Solde. Mann. Ey. So. Dann zeigen wir mal hier Leviathan. Die Kenbier. Ich bin nicht zeigen wir mal Brothers. Mal gucken, auf wen geht's. Ah. Ah. Ah, okay. Miss. Universe. Okay. Oh. Gott. Okay. Der kann uns ja egal sein. Miss. Okay. Okay. Schnauze da hinten. Ja. Gut. Sintflut. Yeah. Okay. Man kann's gut erkennen. Yeah. 154%. Yeah. Das geile ist, die sterben, die werden aus dem, aus dem, aus dem Blickfeld gewischt. So. Jetzt noch der Rinderwagen. wow. Oh. Wow. Voll cool, eh. Man muss ja nicht gleich ausrasten, wenn man einmal im Xing Zhang Zhong verliert. Ja, die haben wir jetzt gesehen. Das ist gut. Hey, level up. Hey, noch mehr Teile, die ich nicht brauche. Hey, wuhu. Hilfswandler, was ist das? Hilfswandler. Support-Zauber. Okay. Medica. Fünf Stück. Protest. Medica. Oh. Ist geil. Protest. Okay. Anti-Z. Nicht schlecht. Vampir-Zahn. Saugen. Medica. Shell. Reflect. 20 aus... Anti-Z ist ja auch wieder stark im Nehmen. Aura. Oh. Fünf Aura. Wow. 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 Äh, hier, äh, hier waren wir ja schon. So. Au. Ja, doch. Ich will Drachen-Zähne haben. Ich will Drachen-Zähne haben. Ich will Drachen-Zahn-Zähne haben wir ja schon mal vergeben können. Aber egal. Ach, wisst ihr was? Yodo. Ich hoffe, dass auch ohne Löwenherz... ...schade. Hat vielleicht funktioniert. Äh. Toll. Jetzt wird erstmal gekontert. Bam. Bam. Konzert ist echt mega geil. Mein Favorite. Wenn Löwen jetzt auch noch stärker wäre, dann wäre das das Beste. So. Aber er ist ja noch der Schwächling des Trios. Ich hoffe, Diablo macht jetzt den Rest. Diabodos. Entschuldigung. Einer ist gestorben. Wow Herzlichen Glückwunsch So Das ist jetzt der Zweite Und der Dritte fällt auf den Fuß Ja, aber doch nicht Los, euer Wein Ich mach ihn fertig Yeah Geil Jawohl Okay Jetzt kann mir alles egal sein Wo ist mein Schiff Ah, Mann, ey So, down Okay Schaden So Und kaputt Uh, 5000 Oh, das ging ins Gesicht So Noch mehr Klinken Sehr schön Wir kommen ja nicht mehr weg Hab ich das Gefühl Oh Zum Kotzen Das heißt, mit euch will ich gar nichts zu tun haben Oh Das Horn ist abgebrochen Ah Ich wusste gar nicht, dass das geht So Wow 41 Schaden Ich bin, äh, schwer auf begeistert Ja Ja, ne Oh, ne Oh Sogar ne Karte Oh Shit Oh Shit Ähm Oh, guck mal da Guardian forst Medizin Na, dann nehmen wir doch mal Oder mach doch mal So Letzter Kampf hier auf der Trabia-Ebene Dann müssen wir aufs Löwenherz halt noch ein wenig warten So ein Dichser So eine Scheiße Naja, mir gefällt Flametar sowieso besser Persönlich Zeitaufwendig Ist doch echt zum Kotzen So Bam Wunderschön Oh Treffer Körper Äh, Trefferkopplung Ja 255% Yeah Ändert das eigentlich irgendwas Wenn ich da irgendwas hin tue Wow Müsste eigentlich vielleicht irgendjemand anders kriegen Aber, äh, egal Äh, ja Gut Hat sich voll gelohnt Ähm Wir Hm So Wir gehen mal, äh Zum Joker Jetzt Wir machen das mit den Mit den CC-Leuten machen wir das jetzt mal gerade fertig hier Äh Erster Stock So Ching Ja, geil Uns erwarten nämlich noch zwei geile Karten Dank den CC-Leuten Also, äh, ja, ne Lohnt sich Der Joker befindet sich manchmal hier Aber auch nur mal nicht mal Dort, wo wir eigentlich schon mal waren Auf diesem Steg In diesem Bild hier Da steht er eigentlich, ja Also, wartet Hier Aber auch nur zufällig Yeah Giftpuder Hey Auf jeden Fall Da steht er eigentlich immer Wir müssen halt jetzt immer wieder rein und raus, bis er da steht Hoffentlich Wenn nicht, dann, äh, flippe ich aus Oh Oh Hi Es geht Kollege Wow Wow Aber, wow Squall ist fast so stark wie Wie Cell Ah, gut Annehmbar So So Ich will gar nicht wissen, wie viel Leben der hat Gucken wir es einfach mal nach Hey Analyse Oh Oh Na gut Geht schnell Wow 900 Schaden Ich bin Wow Wow Oh nein Weißt du was Mal gefährlich Kollege Das ist aber schon sehr, sehr lange her Für Irwin ist es vielleicht noch gefährlich Aber für Nee Tod Yeah Easy Er gibt aber noch schöne Erfahrungspunkte Und AP So Mann ey Joker Willst du mich jetzt verarschen? Natürlich Kann sich nur noch um Stunden handeln Funktioniert das überhaupt? Ist der Zufallsalgorithmus hier so gelegt, dass man einfach nur aus dem Bild rausgehen muss? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der scheiß Joker da steht? Ha Da steht er Ich wollte gerade schon wieder rausgehen Hey Joker Was geht ab? Du bist also Squall Ich habe viel über dich gehört Übrigens Brauchst du irgendwelche Items? Natürlich gegen Bezahlung Äh 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 Verkaufen Ist denn irgendwas hier viel wert? Hm Oh Oh shit 12.500 Ah Na 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 Ne Nicht so Oh Aber hier Guck mal Da würden 4000 Du bist nicht der Kartenspieler? Hey Du bist stärker geworden Wollen wir? Hm CC-Freaks Ja Ich bin einer Ich bin der Kartenzauberer Joker Aber in der CC-Freaks bin ich ein Außenseiter Hm Na dann los Hey Du hast einen Kampfzähler Hm Wenn du gegen mich gewinnst Baue ich dir Zusatzfunktionen ein Ja Jetzt Du hast eine Karte die ich haben will Oh shit Odin Ey Voll geil Das sind nicht die Karten Aber guck mal Wir haben jetzt eine Karte für unten links Oben links Unten rechts Und oben rechts Ja Also wenn das nicht mal geil ist Dann haben wir noch eine Karte für sowas hier Ja So Ich würde sagen Sieg auf ganzer Linie Hehe Geil So So Mann Du bist stark Tja ich hab's versprochen Gib mal mal deinen Kampfzähler Hm Okay Jetzt müsstest du damit Infos über den Gagnetfoss einsehen können Ja Wow Ich weiß immer noch nicht wie ich zu dem hinkomme Aber du hast immer noch eine Karte die ich haben will Da oben ist sie Da ist sie Da ist das Ding Und es gehört schon uns Geil Überlegen wir mal gerade kurz hier Wie wir ihn komplett fertig machen können So Äh Yeah Geil danke Die Leviathan Karte Das war unser Ziel So jetzt haben wir alle CC Leute besiegt Bis auf den König Ja Und der König ist ein bisschen schwieriger zu finden als die anderen Kollegen So Eigentlich ist Squire stark genug Ne Bleiben wir erstmal beim Flamethron Oder Tannen Oder wie auch immer Erstmal gucken wir was unsere neuen Karten so werden können Aus unserem Kartenwandler Seele der Toten 100 Mal Lehre der Ärzte Dreimal Okay Ah ja Um gut zu wissen Äh ja Okay Silbermunition Ah okay Aus zwei Aus drei Zwei spitze Krallen Eines davon Eine davon Okay Geil Läuft doch Wieder eine Karte mehr Ja So die Die Königin Oder der König Um fachlich zu bleiben Müssen wir erstmal mit Karowaki reden Mit der Schulärztin Ja Äh der König hat sich eigentlich schon verraten Aber Naja Ich will ja nicht spoilern War das hier Ja Sehr schön Rede mit ihr Hm Was ist Bist du wieder verletzt Unglaublich Squall Du hast die CC Gibt es alle geschlagen Verstehe mich nicht falsch Ich habe mit den CC Flicks nichts mehr im Hut Naja Dir kann ich ja sagen Ich war lange Zeit der Kane Aber vor vier Jahren Habe ich ihr den Thron überlassen Wer sie ist Tut mir leid Aber das darf ich dir leider nicht sagen Such sie selber Aber da du die CC Kings geschlagen hast Wird sie von selbst kommen Ja Genau das wollten wir hören Und ähm Sie kommt wenn wir schlafen Wie der Weihnachtsmann Deswegen gehen wir in unser Quartier Und schlafen Hoffentlich geht das so einfach Ich weiß nicht ob wir allein sein müssen Oder nicht Wenn wir jetzt sehen So Wir speichern erstmal So Äh Aber ich würde sagen Das werden wir in der nächsten Folge rausfinden Wie und was der CC König ist Wir haben heute zwar nicht viel geschafft Aber egal Gehört auch mal dazu Also vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dann Tschüss Also Untertitelung des ZDF, 2020